Musik 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 Ja, aber die Bände sind ziemlich schnell groß. Jetzt brauch ich noch Holz. Geh schon mal gucken. So, die heißen auch Möhren und sowas, ne? Ja, ja, scheint so. Ja, ich hab das ja alles eben mal reingetan. Mhm. Boah, im Moment hängst du aber fast überall, ne? Ja. Das ist schon das zweite Mal. Oh, Epoxid. Also Stöcke brauchen wir. Wo ist mein Tier hin? Der Bison schläft. Ja, das große ist hier draußen. Was geht, Kumpel? Kommen wir rein noch. Hast du gehört, Carina? Ich brauch Stöcke. Oh, so. Ja, komm, ich geh mit dem Teil sammeln. Obwohl, nein, komm, wir lassen es uns. Ja, du kannst dem sagen, dass der dir folgen soll, ne? Und dann kannst du den, ähm... Wie soll man dem das sagen? Ähm, du gehst hin, hältst F gefasst. Und dann hast du oben rechts... Schwefel brauchen wir auch noch, Dirk. Oben rechts hältst du dann... Kannst dann wählen zwischen Folgen oder... Passiv, glaub ich, wie ist das andere? Starts steht da. Ah. Cool. Boah, wo bist du? Ich hole grad Schwefel. Ich wollte grad Stöcke geben. Äh, die kannst du in der, äh, in der Mixschüssel rein tun. Wo rein tun? In die Mixschüssel. Ja, in der Mörser. Nicht Möser. Möser ist was anderes. Wo soll ich die dahin tun? Einfach reinlegen. In's irgendwie von der, vom Mörser. Jetzt wollte ich auch schon Möser sagen. Stimmt. Also ich brauche viele Stöcke. Epoxid frisst Stöcke. Ah, ein Bär. Bumm, so geht's auch. Das war gut. Äh, Steine? Brauche ich auch noch. Wo soll ich hin tun? Steine kannst du, ähm... Kannst du Steine hin tun? Ja, auch in dem... In dem Dings Mörser. Ja. Ich war gleichzeitig hier an Kämpfen. Deswegen war ich grad mal ein bisschen unkonzentriert. Wie kann man eigentlich irgendwas kochen? Einfach ins Feuer legen. Jetzt irgendwie vom Feuer. Kannst du auf der Karte, Carina, kannst du auf der Karte mal, ähm, deine Position markieren? Äh, ja, aber... Gold brauchen wir nicht mehr. Äh, ich glaube nicht. Kannst mir nicht vorstellen, dass das nicht reicht. Wie markiert man denn? Ähm, einfach auf die Karte gehen. Und ich meine, linke Maustaste wär's. Nö. Ah, doch. Ab. Yippie. Bin einfach im Haus, am chillen. In my life. Wo ist mein Tier hin? Ah, da. Was geht? Ah. Um den Topf? Ja, schon wieder. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Ich sehe hier noch immer eine Leiche auf der Karte angezeigt. Angesagt. Das ist wahrscheinlich, wo Carina eben gestorben ist. Ja, da ist auch hier oben noch irgendwie von dir, Carina. Da liegt aber nix drin. Doch, da sind Steine und, äh, Oxid drin. Dann nimm du das einfach, wenn du Platz hast. Hab ich grad. Nö, Platz hab ich nicht, aber... hab ich jetzt. Ich hätte doch nehmen können. Habt du was gesagt? Ja, dann komm zu mir, weil ich bin zu schwer. Und ich kann nix mal wegschmeißen. Okay. Okay, schuld. Ich muss kurz was essen. Ich glaub Mama Bison kommt gerade Baby Bison holen. Wo? Ja, kommt jetzt auf dich zu und wird dich töten. Oh ja. Was hat ja noch nicht passiert? Aaaaaaah! Geh weg! Komm schnell alle, deine Kinder! Oh fuck. Tür ist offen. Ein mit dir. Ah, hier ist noch ein Baby Bison. Aaaaaaah! Wer hat die Tür offen gelassen? Alle Tiere sind grad raus! Ja. Wer hat denn die Tür offen gelassen? Das gezähmtete Tier läuft nicht mehr weg. Ist gerade ins Haus gelaufen. Brauchst nur zu holen. Nein, komm her, du hässliches Ding. Also mein Rechner scheint schon wieder weg zu sein. Rein mit dir. Geht doch. Ja, die Tür ist aber immer noch auf. Da ist gerade das nächste Tier rausgelaufen. Hier ist ein Bär. Glaubst du wieder? Na komm mit. Bein mit dir. Bein mit dir. Dirk ist raus. Ich reite. Hoffentlich. Sind beide wieder drin? Nein, eins ist wieder raus. Ich konnte sie nicht nehmen. Keine Ahnung. Geh lang. Oder hab ich es doch wieder. Also eins, zwei. 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 Zwei sind drin. Eins, zwei. Zwei. Zwei sind drin. Wo ist Mama Bison? Mama Bison ist weg. Das war ein Scherz. Das hat es nicht auf dich abgesehen. Okay, gut. Ich dachte, das wäre eins. Okay, gut. Ich dachte, das wäre eins. Was kommst du hinterher? Was kommst du hinterher? Rein mit dir. Staubsack. Wo sind die Sachen? Welche Sachen? Was? Was? Oh, shit. Also ich bin wieder da. Nein, mein Tier. Ja, ich komm, ich komm, ich komm. Tötet mein Tier. Ja, mach mal. Wir töten das. Also ich hatte jetzt 40 Grad und es ist einfach komplett raus hier. Ja, das liegt schon am Spiel, denke ich. Oh, der ist tot. Ich weiß. Aber wenn der Bär tot ist, ist der gut. Aber der hat sich wirklich auf die Tiere konzentriert, die zu killen. Ja. Ja. Das ist doch gut. Dann können wir die immer wieder holen. Und dann... Nein! Eins ist tot! Ja, eins ist tot. Nein! Scheiß Bär! Ja. Das ist wirklich doof. Ich geh in Neustoffen. Und wie gesagt, an Äste denken bitte. Ja. Ah, ich hab ein T-Bone Steak dafür zehn Stück gekriegt. Zehn Stück? Zehn Stück. Aus den Bären. Aus den Bären. Weil ich kann zurückkommen. Das heißt, du kannst zurückkommen. Das heißt, du kannst zurückkommen. Du brauchst jetzt Esthers. 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 So, jetzt brauch ich einen Betonmixer. Oh, der noch große Scheiß-Tier. Den Hochofen. Aber erstmal brauch ich einen Betonmixer. Acht Seile. Was noch? 40 Stein, 50 Holz. Carina, du bist ja gerade im Gehege. Kannst Stein mitbringen. Ja. 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 Ich leg's wieder an das Ding rein. Ja, äh, diesmal in die Werkbank. Äh, in die neue Werkbank bitte. Woher soll ich wissen, was die neue Werkbank ist? Das ist die, die an den Fenstern steht. Das ist die, die neue aussieht. Ja, genau die hier. Die hier. Welche? Die? Okay. Noch mehr Stein? Ja. Ja. Dann hätte ich das Haus größer gebaut. Komm. Das wusste ja vorher nicht. ich muss eine trockengestelle muss ich weg machen da ist kein platz mehr für so baumharz brauchen wir jetzt jede menge und silizium brauchen wir auch noch echt jetzt also das stein kannst du in den betonmixer rein machen carina ich hole äste das 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 Ich habe den ganzen Stein in den Beton geschlagen. Gut. Da ist ja noch ein kleines Tier. Dann verfolgt mich was. Hallo. Wir brauchen ja kein kleines Tier mehr. Was ist das denn jetzt? Alter, ich gehe durch die Türe, jetzt stehe ich komplett fest. Oh, ja. Dann drückt befreien. Nein. Aber wenn das funktionieren würde. Nein. Das ist, als ob ich in der Stinksperspektive bin. Nein, 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 nein. Ah, ich habe Siliziumoxid. Jetzt kann ich wieder. Super. Alter. Was ist das für ein Kack? Hier muss die... Ich bin sch... Äh... Mach gar keinen Spaß gerade. Ja, das ist scheiße, wenn du das abstürzt. Das lief bisher immer so zuverlässig, hä. Die zweite Tür zuerst bin ich wieder in... in einer ganz anderen Perspektive. In einer Zuschauerperspektive gerade. Warum haben wir jetzt ja zwei kleine Tiere seit wann? Und mit befreien, äh, bringt das auch nichts. Jetzt wieder einer erst die Türe aufmachen, und dann komme ich weiter. Ich komme jetzt zurück. Ich mache die Türe auf. Ne, doch nicht. Jetzt geht's ihm. Hä? Oh, ne, ne. Also, ehrlich gesagt. Oh, jetzt kommt wieder starker Regen. Da ist Wochen. Aber beil dich. Aber... Soll ich die Stöcke rein tun? Äh... In der Mörser. Der steht wo, wie immer? Hm? Ihnen VedWest каз seusts jetzt nicht mehr getestet. Ihr guckt hét... Und r Tekio? stranded für schon im Büch song Dance palate. Wie du trois Quatsch? Also, das Ning. Verstand muß nicht? Über Gefangst du da? das hat wer die tiere innen drin in den kübel war aber noch futter drin aber wenn du was hast klar rein damit ja der eine ist jetzt gezähmt das eine tier das kann jetzt einer claimen und ein sattel drauf tun welches das tipp aus der tür steht ohne sattel nicht besser nicht essen genau das kannst du ruhig nehmen carina das andere hatte ich geklebt du warst ja nicht da wo ist der sattel hier hinten in der da wo hier in der bank hier in der ecke was cool Du musst es noch claimen, ne? Was beläht du das? Felix! Ah! Wo bist du? Wo ist das Tier? Ich sehe nichts. Der ist getamed. Ne, der ist es nicht. Der hier drinnen steht, ist es. Der. Boings. Du drauf musst drücken. Das weiß ich nicht. Das musst du lesen. Du hast einfach Start gedrückt. Das ist jetzt so richtig. Guck mal. Jaja, es scheint jetzt richtig zu sein. Ja. Wir haben wieder einen kleinen. Keine Ahnung. Den hat glaube ich Dirk mitgebracht, ne? Der ist mal hinterhergelaufen. Der ist hinterhergelaufen. Hast du gesehen? Ich habe hier Steine reingelegt. Ja, ich mache jetzt Beton. Ich glaube die reichen fürs erste. Aber wir brauchen noch mehr Silizium. Was darf? Das ist so ein weiß-schwarzer Stein. Wir können ja erst schlafen. Ich auch. So. So, hallo und willkommen. Ja, es macht sich langsam hier bei uns. Wir haben jede Menge Material, was wir einschmelzen können. Wir haben inzwischen eine Betonmaschine. Wir haben eine erweiterte Bank, sodass wir eben halb, ja, jetzt auch gleich den Hochofen bauen können. Ja, es macht sich langsam. Du hast denn den einen Sattel hingetan? Den Sattel, der ist im... Hier drin. In der Textilbank. Jetzt muss ich mal gucken, wie man das macht. Normalerweise. So, ich mache noch zwei Seile. Ja, hier ist nix. Was meinst du mit hier ist nix? Dieser Schwamm. Ich weiß auch nicht, wie die aussehen. Deswegen. Aha. Und? Hey, ohne den nicht springen. Jetzt bist du draußen. Was? Du bist draußen vor dem Gehege rausgesprungen. Das sieht ja cool aus. Was? Was brauchen wir jetzt noch genau? Wir brauchen noch Siliciumoxid. Okay, das müssen wir irgendwo finden. Und Carina sucht ja gerade nach den Schwämmen. Gibt es hier nicht? Ich finde die nicht. Hä? Ja, dann suche ich nach den Schwämmen. Such du mal dein Glück. Dann kann ich irgendwas anderes suchen. Soll ich irgendwas anderes suchen? Ja, Siliciumoxid. Oder noch mehr Stein abbauen. Das wäre auch nicht schlecht. Ja, okay. Du brauchst noch mehr Stein ab. Das sind so kleine, kleine grünliche Blänzeln, die mitten im Wasser sind. Tja. Sind echt schlecht zu sehen. Weil die kann es nämlich nutzen zum Trinken, weißt du? Mhm. Auch die holt sie auch raus und sind hier voll Wasser. Okay, okay. Ich muss leider Carina recht geben. Hier sind keine. Obwohl ich glaube, ich habe was. Ne, das ist es nicht. Wir können ja mal versuchen, irgendwo anders rein zu gehen. Gibt es hier noch anderes Wasser vielleicht. Soll ich die Steine rein tun? Da hinten mal. In die Betonmixmaschine. Okay. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es am Gewässer, aber ich finde auch keine. Ja, ich hatte auch nur einmal zufällig gefunden. Ja. Vielleicht die mehr am Wasserrand oder so? Ich komme mit. Ich gucke nochmal. Geil, wenn du irgendwas suchst, findest du es nicht, ne? Das sind Lilane Pflanzen. Äh, Lilane sind es nicht. Das ist es nicht sicher. Es ist nicht zufrieden. Da. Aber. Untertitelung des ZDF, 2020